Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 7. September. Heute dabei EU-Kommission Windows 7, Twitter, Instagram und Google. Beginnen tun wir mit der EU-Kommission, die hat jetzt die Übernahme von Shazam durch Apple genehmigt. Ja, es war ja schon länger bekannt, Apple will den Musikerkennungsdienst Shazam kaufen und da ist dann die EU-Kommission eingeschritten, weil sie prüfen wollte, ob Apple da nicht eine Monopolposition bekommt, besonders in Richtung Streaming, dass halt einfach eingeschränkt wird, ob man beispielsweise via Shazam dann nur noch Musik findet, die man auf Apple Music kaufen kann, denn bisher hat Shazam ja unter anderem auf diverse Dienste verlinkt, wenn ein Lied erkannt wurde. Aber, wie gesagt, die EU-Kommission ist der Ansicht, dass sich die Sachen nur ergänzen und somit kein Monopol wäre und damit wurde das durchgewunken und Apple kann nun weitermachen und Shazam dann letztendlich kaufen und in die Firma integrieren. Nächstes Thema, Microsoft, ja, Microsoft Windows 7. Da wäre offiziell im Januar 2020 Schluss gewesen mit Support. Sprich, man bekommt keine Unterstützung mehr, keine Updates, kein nix und logischerweise möchte Microsoft eigentlich gerne, dass man auf Windows 10 upgradet. Nun gibt es aber doch noch die Möglichkeit für Firmen, einen erweiterten Support, ja, einen erweiterten Support-Dienst-Zeitraum zu kaufen und zwar bis Januar 2023. Dafür muss natürlich Geld bezahlt werden. Das heißt dann Windows 7 Extended Security Updates und ja, das können sich Firmen dann überlegen, ob sie das Geld ausgeben wollen oder ob sie da nicht wirklich doch mal jetzt auf Windows 10 wechseln sollten. Twitter, die testen jetzt ein neues Feature, beziehungsweise ein altbekanntes Feature und zwar die Lesezeichen. Die sind ja schon seit ein paar Monaten in der mobilen Version verfügbar, aber noch nicht im Web. Und da ist jetzt die Testphase begonnen. Ein paar Nutzer bekommen dies freigeschaltet und können dann Lesezeichen auch im Web verwalten, angucken und nutzen. Ja, also wenn ihr das habt, seid ihr einer der wenig Glücklichen. Ansonsten gehe ich einfach davon mal aus, dass das auch dann bald für alle kommen sollte, denn es macht ja keinen Sinn, dass man es mobil nutzen kann, aber nicht im Web. Instagram, die haben jetzt eine sehr schöne Sache für Eltern gemacht, denn sie haben erkannt, viele Eltern sind ein bisschen überfordert, wenn die Kinder auf Instagram aktiv sind, wissen eigentlich gar nicht, was ist Instagram überhaupt, was kann man alles machen, was kann man auch beispielsweise für Sicherheitsfunktionen aktivieren und deswegen hat Instagram jetzt ein Portal für Eltern herausgebracht. Logischerweise also auf dem Web, eine Webseite, wo erstmal Instagram generell erklärt wird und dann auch alle Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, wie man es sicher machen kann, was da passieren kann und nicht. Finde ich eine schöne Sache, könnten eigentlich alle Dienste mal anbieten, so etwas, denn ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Elternteil mit den ganzen diversen Social-Media-Netzwerken durchaus überfordert ist und gar nicht mehr weiß, was die Kinder da so treiben. Joach, und zum Ende, wir wissen ja, nächste Woche, Mittwoch, ist der große Apple-Event, wo wir die neuen iPhones zu Gesicht bekommen und eine neue Apple-Watch und Google hat jetzt auch endlich ihren Event Made by Google bekannt gegeben beziehungsweise terminiert und das wird am Oktober, äh, nicht am Oktober, das wird am 9. Oktober sein und logischerweise, da wird das Pixel 3 vorgestellt, was ja schon diverse meine geleakt ist, also Pixel 3 und Pixel 3 XL und wahrscheinlich noch ein paar andere Produkte, denn sonst wäre es ja ein Pixel-Event und kein Made by Google-Event. Also, 9. Oktober in New York, ihr werdet bestimmt hier im Daily auch davon erfahren am nächsten Morgen, was da vorgestellt worden ist. Und das war es dann auch schon für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag, ein ganz tolles Wochenende und ab Montag wird euch der Martin dann mit News versorgen. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.